Hallo zusammen! Mittlerweile ist es Herbst geworden hier auf unserer Brückenbaustelle am Seebeckweg. Heute werden wir die beiden Holzträger einheben. Ihr seht hinter mir diesen großen Mobilkran und mit dem werden wir nachher die beiden 23 Meter langen Holzträger hier auf das Tragerüst einheben und entsprechend positionieren. Aus einer Vielzahl von gehubelten Fichtenholzdielen wurden Holzblocklamellen hergestellt und diese einzelnen Blöcke wurden anschließend miteinander verleimt, so dass unser Rohling des Holzträgers entstanden ist. Die beiden Träger haben wir dann vom Schwarzwald in die Schweiz gefahren und dort auf einer Technowood-Abbundanlage in Form gefräst. Hierzu haben wir erst die 3D-Daten aus der Planung in Maschinendaten übersetzt, so dass die Anlage dann diese besondere Freiform exakt herstellen konnte. In die Holzträger wurden noch werksseitig Schubverbundbleche und Glasfaserverankerungsstäbe eingeklebt. Mit dem Mobilkran wird gerade unser zweiter Träger eingehoben. Wir haben da elf Tonnen am Haken. Den ersten Träger haben wir bereits auf die Tragkonstruktion aufgestellt. Ihr seht ihn hier neben mir liegen. Im nächsten Schritt werden wir es dann so machen, dass wir hier Schalung ergänzen, den Schalungsbau vornehmen, dann bewähren und zum Schluss den Überbau betonieren.